Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute ist der Tag angebrochen, wo ich mit meinen Pferden in meinen neuen Stall ziehen werde. Und ja, einerseits bin ich traurig darüber, aber andererseits freue ich mich schon riesig da drauf. Und wir wollen euch einfach jetzt ein bisschen mitnehmen, wie wir die Pferde gleich verladen, was wir noch einpacken. Gestern habe ich schon die ganzen Sachen von mir rüber geholt und ja, heute kommen halt dann noch die Pferde da hin. Das habe ich hier schon ein bisschen einfacher reingetan, das ist noch vom Wochenende übrig geblieben. Und da tue ich einfach jetzt ein bisschen Neues noch drauf und ja. Bis zum nächsten Mal. Also, wir sind jetzt angekommen und hier sind die Pferde zurück. Können wir das mal zurück? Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.